Die Menschen, die in der reellen Realität leben, leben in den Wäldern, wenn es sie noch gibt. Und jetzt, durch dieses Leben der Plastik, haben wir das Alter besiegt. Sie können nicht mehr mit uns kommunizieren. Auch wir können nicht mehr mit ihnen kommunizieren. Ein gefahrloser, erlaubter, empfohlener und mit vielen anderen geteilter Mord ist für den weitaus größten Teil der Menschen unwiderstehend. Wir haben den Menschenort geschafft, indem wir den Maschinen die Menschenrechte zurückgegeben haben. Fluchtmaße Die Fluchtmaße